Da muss man aufpassen. Hast du ein Video gemacht oder was? Und jetzt kommt nochmal die letzte Stunde. Kannst du noch ein Video machen, ich war gerade zu gucken. Ich komme nicht. Kannst du denn den Text schon? Nein, kannst nicht. Kannst du ihn auswendig lernen? Dann sing du mal den Text. Jetzt kommt ein ganz besonderer, fliegen. Dann wird einfach nach unten die beiden gedrückt. Das ist der B-Moll.